...ebenfalls für die besten Sportreiter und Pferde. Alles das auf dem Weg nach Holland, wo im August dann die internationalen Titelkämpfe starten. Hier kommt Uli Reber mit Spolian vom Leperdorf, meine Damen und Herren. Und wir wünschen ihm viel Freude bei seinem Rett. Bitte sehr, Uli Reber und Spolian, letzter Starter im Fünfgangpreis. Anschließend beginnen wir gleich mit der V5-Viergang-Prüfung. Leonie Feige, Andrea Christel, Julian Wankerstreh und Pia Siebauer. Bitteschön, Uli und Spolian. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bitte kommen Sie vom Bad Saum zurück. Meine Damen, bitte kommen vom Bad Saum zurück. Das ist schön zur Eingezingheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.